Wir von der Schelen AG haben es uns zur Aufgabe gemacht, menschliches und unternehmerisches Wachstum zu fördern. Und im Augenblick sind wir dabei, eine komplett neue Talent-Solution-Plattform aufzusetzen. Wir bieten Kunden an, 900 Job- und Kompetenzprofile abgleichen zu können. Und aus diesem Grunde möchten wir sie auch in der jetzigen Zeit nicht alleine lassen und haben uns Gedanken gemacht, wie wir sie auch unterstützen können. Ab sofort und das auch kostenfrei stellen wir Ihnen unsere Video-Interviewing-Plattform zur Verfügung. Lassen Sie sich überraschen. Ich freue mich auf Sie. Das ist Frau Konrad. Frau Konrad arbeitet im HR-Management eines Automobilherstellers. Mit viel Herzblut und Engagement versucht sie, die besten Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu finden. Doch nicht immer ist ihr Job einfach. Die Herausforderungen im Recruiting sind vielseitig. Die Veränderung der Arbeitswelt unaufhaltsam. Talente zu finden ist komplex und kostet viel Zeit. Sie fragt sich, wie sie effizient die besten Talente für ihr Unternehmen gewinnen kann. Mit Outmatch Interview bei Schelen. Mit der videobasierten Job-Interview-Plattform begeistern und identifizieren sie die besten Talente. In nur wenigen Schritten erstellt Frau Konrad mithilfe der Plattform die Interviews. Egal ob diese zeitversetzt, mobil oder live stattfinden. Frau Konrad kann nun Rekrutierungsprozesse effizienter und flexibler gestalten. Mit dem Einsatz von Outmatch Interview spart sie jetzt wertvolle Screening-Zeit. Und sie kann Kandidaten mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern und anderen offenen Jobs vergleichen. Aber wie läuft so ein Online-Bewerbungsprozess ab? Sehen wir es uns an. Herzlich Willkommen bei Schelen. Wir haben das Privileg einen wunderbaren Job auszuüben. Wir dürfen Menschen begleiten, ihre Talente zu entdecken und zu entwickeln. Tauchen Sie in unsere Online-Journey mit uns ein, damit wir uns gegenseitig intensiver kennenlernen können. Viel Spaß dabei. Beschreiben Sie mir einen Zeitpunkt, zu dem Sie eine wichtige Entscheidung treffen mussten, aber mehrere Alternativen zur Auswahl hatten. Welche Kriterien sind in Ihre Entscheidungsfindung mit eingeflossen? Wie war das Ergebnis? Es ging um die Frage, ob ein zusätzlicher Mitarbeiter das Team verstärken sollte, da wir nicht nur in Spitzenzeiten immer öfters überlastet waren. Ich habe mich dann dafür entschlossen, eine Teilzeitstelle auszuschreiben und das Team zu entlasten. Mit der videobasierten Jobinterview-Plattform Outmatch Interview spart sich Frau Konrad rund 60% Zeit im Bewerbungsprozess und evaluiert Kandidaten gemeinsam mit mehreren Entscheidern. Die zeit- und ortsunabhängige Bewerber-Journey begeistert spürbar. 80% der Teilnehmer bewerten die Interview-Erfahrung als großartig. So betreibt Frau Konrad aktiv zielgerichtetes Employer-Branding für ihr Unternehmen. Frau Konrad hat ein völlig neues Arbeitsgefühl entdeckt. Nun will sie verstärkt auf das innovative Videointerviewing setzen. Um noch treffsicherer zu werden, ergänzt sie das Digital Recruiting durch den Einsatz von Kompetenzanalysen und kognitiven Tests. Outmatch Interview ist nämlich eine Teilfunktion der großen Talentplattform Outmatch Assess, die durch hocheffektive Personaldiagnostik, gezielte Talentauswahl und spezifische Talententwicklung möglich macht. Machen Sie es wie Frau Konrad und finden Sie noch schneller die besten Talente für Ihr Unternehmen. Mit Outmatch Interview bei Schelen melden Sie sich jetzt und sichern Sie sich einen vierwöchigen kostenlosen Zugang für Ihre videobasierte Jobinterview-Plattform.